Musik 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 Der Karton ist so transportsicher verpackt. 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 Vielen Dank. 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 Du, ich habe alles auf der Kamera. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Vielen Dank. Den zweiten Platz hat der Lorenz Kahnstein erreicht. Und zur Bayerischen Meisterschaft wird die Lenni Streisheit weitergekommen. Und zur Bayerischen Meisterschaft wird die Lenni Streisheit weitergekommen. Und zur Bayerischen Meisterschaft wird die Lenni Streisheit weitergekommen. Vielen Dank. Applaus Den Jungen Einzel dürfen wir den Damen Glanz zum zweiten Platz gratulieren. Applaus So, da bekommen wir dann. Ja, ich kann. Die Urkunde ist auch da. Wie kann es ich? Ich kann es mir an. Nächster Jahre. Okay, Bayerischer Meister bei den Jungen in U17 wurde Kevin Baum. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Danke. 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 Dann kommen wir jetzt zum Damen-Doppel 19, dritter Platz für Chiara, Brandy und Greta Newe. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Und im Damen-Doppel 19 wurde die Bayerische Meisterin die Friederike Rudert mit der Ricardo Schoen. Applaus Danke. Applaus Vielen Dank. Applaus Und im Herddoppelblumenzen dürfen wir gratulieren, den Janis Durst und Lovis Fischer zum Drittenhaus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die ganzen Leistungen zu gratulieren. Wir wünschen euch allen einen guten Nachhauseweg. Wir sehen uns bestimmt beim ein oder anderen Turnier. Ich kann euch jetzt versprechen und dann hoffentlich ohne die ganzen Regeln, dass wir nächstes Jahr hier die Bayerischen Meisterschaften nochmal austragen. Und dann wollen wir uns natürlich erst spätestens euch da zu sehen. Dankeschön an die super Turnierleitung. Ich will jetzt alle eins aufzählen. An unser Gretendienst, an unsere Eingangskontrolle und und und. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und noch einen schönen, kurzen Sonntagabend. Tschüss.